In diesem Schulungsvideo geht es um das Grundverständnis von Stimmbildung. Sie alle wissen, wie anfällig unsere Stimme auf Überlastung reagiert. Eine Vielzahl innerer wie äußerer Reize verursacht Stimmprobleme. Das fein abgestimmte Zusammenspiel zwischen Atmung, Stimmlippen, Nerven und Muskeln im Kehlkopf ist gestört. Wie bildet sich die Stimme, der Ton in unserem Kehlkopf? Töne entstehen durch Schwingungen der Stimmbänder bzw. Stimmlippen. Diese beiden mit Schleimhaut überzogenen Bänder liegen waagerecht im Kehlkopf, dem oberen Teil der Luftröhre. Will man verstehen, was hier passiert, muss man sich das langsam in Zeitlupe anschauen. Wenn wir einatmen, sind die Stimmlippen geöffnet und entspannt, damit die Luft einströmen kann. Soll ein Ton erzeugt werden, spannen sie sich und stellen sich entsprechend eng. Der aufsteigende Luftstrom drückt dagegen. Die Stimmbänder geraten in Schwingung. Der Luftstrahl wird durch die Stimmlippen laufend zerhackt. Es entstehen abwechselnd Luftscheiben mit mehr oder weniger Luftdruck. Es entstehen Schallwellen. Wird der Ton verändert, läuft das Zerhacken schneller ab. Mehr Luftscheiben, also eine höhere Frequenz und damit ein höherer Ton. In Echtzeit ca. 300 Mal pro Sekunde. Schließlich werden die Töne durch die Luft im Rachen, in der Mund- und der Nasenhöhle weiter geformt. Zunge und Lippen bilden daraus Geräusche, Laute, Wörter und Melodien. Damit wird auch klar, wie wichtig das fein abgestimmte Zusammenspiel zwischen Körperhaltung, Atemtechnik und Stimmlippen für den guten Ton ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.